So, willkommen bei einer weiteren Folge von Let's Play Paddle. Wir sind im Kapitel Kanalisation und das nächste Level heißt Rutschiger Schmutz. Ich bin schon gespannt. Organische Reststoffe, schleimig und klebig natürlich. Kann an mit Modusbedenken und kleben bleiben klar. Versuche deine Flüssigkeit für die Phase der Luft kompakt zu halten. Gut. So, waah. Na, komm schon. Ich glaube, ich habe gerade ordentlich was verloren. Ah, ne, es kommt da. So, jetzt versuchen wir alles hier unten irgendwo mal zu sammeln. Ja, das müsste uns doch eigentlich gelingen. Wir müssen noch ein bisschen Zeit mitbringen. Also, der Moos, den sehe ich eher gerade als Vorteil, ja. Klar, da bleibt mal ab und zu was hängen. Aber das hilft hier auch so ein bisschen. Jetzt müssen wir da irgendwie durch die Lücke durch. Jo. Oh, 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 oh. Ja, das hat ja gar nicht funktioniert, ja. Oh, da haben wir sogar noch was gekriegt. Cool. So, hier müssen wir jetzt gut arbeiten. Ja, das sieht auch gut aus. Komm schon, komm schon. Schlängel dich da rum. Perfekt. Das hat mir gefallen. Nicht zu schnell werden. Ich hatte das Gefühl... Nein, 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 nein. Müssen wir da hoch? Müssen da hoch, ne? Ah, jetzt verstehe ich. Ja, nur das Kompakthalten funktioniert hier noch nicht so richtig. Aber doch, eigentlich, dadurch, dass das zu klebrig ist. Jetzt haben wir da unten dann die Luke aufgemacht, ne? Dachte ich eigentlich. Ah, jetzt haben wir sie auch aufgemacht, ja. Schön, cool. Und das ist Exit, ey. Das Level, ja. Hatte was. Cool. Sind wir ja auch durch. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns bei einer nächsten Folge von Let's Play Party. Puddle. Bis dahin.